ich würde sagen wir mal noch ein bisschen und dann du könntest auch mal eine halbe stunde wirklich machen dann würde ich was sagen und steigen um auf golf ja das heißt spricht vier spieler noch market league und dann auf golf ja okay so dann weiter mit book wie du meinst ja kann man machen ja aber so wie es momentan läuft das ist echt eine katastrophe also das passiert aber jetzt kann auch nur bewegen du denkst du wohl nicht wirklich dass beim normalen ballspiel im rang los das besser laufen würde manchmal bei uns das war ich nicht aber nicht vom von links mit den dass die spiele nicht direkt gefunden werden ja das stimmt ja dabei bei ranglos brauchst ja auch einfach nur allerdings bleiben kriegst ja neue gegner zugeteilt das geht dann schneller und einfacher aber der modus hier hat was muss man echt sagen und deine mitspieler denken dass es die bier ist sehr interessantes bier muss geschmack ich hätte laufen wir jetzt noch aber ich müsste zum auto runter als hier jetzt gut ist schade wenn er dem einer vorbeigegangen wäre ich mit durchgegangen ja 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 hab ihn schön den ersten konnte ich doch halten ja das ist auch ein paar unterschiedliche autofahrerkombination ok gut das ist ja 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 doch 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 nochmal nachgegangen wieder hergegangen jawoll ich dachte ich mach mal schon mal so frei das ist eigentlich mit deinem weintrauben wieder stehen lassen nee warte mal sorry ja der kommt nochmal ja 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 geräusch das ist mein tor ja 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 oh sorry baby ja ich habe ich dachte aber der kommt noch mit nein kein eintrag die sind ja blau nicht orange jetzt jetzt die vorlage ich habe eine vorlage ja meiner war das war aber ihr euch zwei da beide reihen wird meine vorlage ich habe den so hingebracht du weißt doch baby und ich ja alles gut die kuscheln immer haben sie 2-1 gerade in welchem spiel wir haben uns lieb oh Mist Vorsicht ja da komme ich nicht mit ich wollte aufs Tor schießen aber Babys Hintern war im Weg na scheiße und ich kam nicht hin ja ich habe es auch noch versucht hinzukommen aber war zu weit weg oh sorry baby wollen wir es nochmal da hinten hinzubringen weg da weg da irgendwie fast doch schade 4-2 sehr schön zur rechten Zeit am rechten Ohr ja verrückt gemacht hat er noch so reingegangen scheiß Dealer besser der die sich so noch reingedreht egal so ist drin ja gibt er Bye dumme du bist du hier sehen ich dachte mir ich halte mich mal außen als alle irgendwie wieder ein eigenes passiert der programm genau auf dich zu du hast ja aber ich habe gerechnet durchgeht und ich habe posten abprallt nein ich habe auch glück gehabt drüber gelupft und dann selber reingemacht ich habe mir die sachen gekriegt von meinem teams pass hat es gemein eigentlich auch mann da kommen sie noch mal hinterher komm leute ist so fest ich noch verlieren irgendwie ein erster nebel gesprungen und er war gar nicht so schlecht ja die haben sich selber noch reingemacht er war eigentlich gar nicht so gefährlich aber hier haben sie es doch mal gemacht nein so schnell konnte ich nicht mehr reagieren wie der auf einmal auf mich zugeplumpst kam ja da wird noch mal nachgegangen 65 dabei sind spannende studien ja klar es geht halt hin und her er hat mich dann noch mal angeschoben ich hab's doch irgendwie irgendwas versucht da jetzt zu retten aber er ist so genanlos durchgegangen hier typ 66 ey was ist das für ein spiel ich hätte eigentlich das ding vorne machen müssen das ist alles ja es ist halt doof ärgerlich trotzdem leider nicht ändert ich bin noch mal mitgegangen dann versucht irgendwie zu klären sowas verlierst du dann wieder er kam nicht hin ich fahr da übelst vorbei aber das nervt man verpiss dich ich komme nicht hin und solche spiele verlierst du dann wieder du führst 64 und kriegst das ding über die linie gold 1 abstieg silber 2 gerade sind jedes mal solche kack spiele diese engen spiele die folge gibt es nämlich auch noch dahin du hast das spiel so sauber im griff ich bin auch kein verrät der eigentlich für mich eingeschoben ist es nervt mich gerade so ein bisschen so ganz spiel so viel verlierst na ja ich habe hier noch mitgenommen ich habe hier noch mitgenommen oder der könnte gehen hat abgewährt ich kann nicht mehr ran ja ich dachte ich bin mit dem verlängert den noch verliert natürlich steht da wieder einer natürlich ganz zufällig vorm tor ist ja klar man kann solche spiele nicht einfach mal gewinnen die ganzen engen spieler die haben ist ja alle verloren natürlich natürlich ja 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 das ist halt nicht vom gegner ja natürlich auch immer der noch herkommt zwei leute stehen vorm tor und der geht trotzdem da irgendwie rein der ist mir genau auf die nase gefallen der kann von umweg fällt mir auf die nase oder eigentlich mal jetzt rein von der spielphysik verstehe ich nicht wie das ja naja das ist halt das spiel das sagt wir sollen nicht gewinnen dann schenkt es halt dem gegner so ein paar so dinger natürlich die kriegen das irgendwie noch abgewehrt ja genau ja genau so ich muss den quer legen weil sonst wo du bist das ist schwierig warum zur helle passiert immer solche scheiße bei uns klar pfosten warum auch nicht könnt ihr auch mal reingehen nein nein warum auch sieht ja nur wir da hat mir jetzt mal ein tor der betrifft noch ein scheißvollsten leiste das ist ja für christi keine parade ich glaube ich habe rausgehauen oder ich war das ja habe ich jetzt nicht geboren wäre da liegen geblieben wäre am torpfosten zwei zu vier haben jetzt auch schon das 34 machen dann könnte man hat sich das ding nur ausreißen könnten aber ich glaube das wird schwierig werden okay das ist ein thema 17 sekunden noch kaum leute weil ich habe auch mal ein bisschen glück ja wie viel haben wir jetzt gebraucht 20 sekunden für drei tue oder so kann jetzt irgendwie das ding damit nach hause nehmen also erstmals müssen die oberteilen gehen und dann hoffen dass wir mal ein glücker ein spiel glück haben nein das gibt es doch nicht das gibt es nicht es ist natürlich wieder bock gelegt und sagt dann warte mal ihr könnt ihr vielleicht auch stuppern aber nein vor allem dass der nicht schon lange einfach verlängerung abgefügt hat der warte ist unten der muss warten müsste den boden hat bei uns hat er nämlich im weggefügt und hier sagt er dann kommen das zählt noch es ist zum kotzen dieses spiel manchmal das ist momentan echt absolute phase weißt du kommst du an 0 4 kommt deswegen steigst du noch ab wegen solchen spielen weil ihr das spiel eben auch nach 64 führung noch drei dinge gegner zuletzt hier kommst du 4 4 zurück und verlierst das ding quasi noch mit dem abpfiff 4 5 5 6 6